Lili Hollunder, pikante Sex-Beichte über ihren Renardler. Dieses pikante Detail hätte Lili Hollunder wohl besser nicht verraten. Eigentlich soll die Spielerfrau für Guten Morgen Deutschland auf RTL die WM-Expertin geben. Lili Hollunder spricht offen über ihr Sex-Leben mit Renardler. Zum Thema Sex vorm Spiel sagte Lili Hollunder offen, es gab einmal den Fall, und danach hat Ren einen Fehler gemacht. UPS! Wie Ren es wohl findet, dass seine Frau den RTL-Zuschauern dieses Geheimnis auf die Nase gebunden hat. Renardler spielt in Mainz. Der Torhüter wurde in diesem Jahr zwar nicht für die Nationalmannschaft aufgestellt, ist aber noch immer als Profi-Fußballer aktiv. Momentan spielt Adler für den 1. FSV Mainz 05. FSV Mainz 05. FSV Mainz 05. Untertitelung des ZDF, 2020